Was, 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 was geht, Leute? Rainbow Six Siege, Leute! Ja, neues Jahr, frohes neues Jahr wünsche ich euch allen Pissern. Ja, fangen wir mal wieder an mit YouTube. Also Stress, zu viel Zeitdruck. Ihr seht ja schon wieder Season Pass. Na ja, muss, muss. Fangen wir mal mit der neuen Map für euch an. Seht ihr, ich bin ein Keks. Ein Keks Level 99, na ja. Erste Runde heute des Tages. Ich hoffe, die Videos sind jetzt besser. Ich habe eine neue Grafkarte drin. Ich hoffe, ich jetzt erst, ich weiß, wie es jetzt besser ist. Hallo. Warsch mich. Okay, fangen wir mal an. Ja, wenn ich niemand will, soll er fragen. Also, Gridlock's Fähigkeit, das ist ja schon klar. Das ist Test-Server, aber der hat bestimmt schon alle gesehen. Das ist Staubkarte. Hilfelein. Sei mal schuld. Danke. Ja, bis jetzt mal Keks. Oi, oi. Weet. Guys, can you calm down? Doch. Stop screaming. What? Ich schau doch nicht. Weißt du nicht, was du anstattest? Was ist das? Ist jemand hier? BG, BG jetzt sag ich mich. Warten. Okay, nice. Do you have any idea, was it to be? Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde visualisiert. Fünf Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Wahrscheinlich spiegt eine Map, wo Servi geblieben ist. Als wenn die großen Händen ist der Mann gekommen ist, weil der mit den Leuten an die Begründung herunterfühlt wird. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Sorry. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich habe meine Zordstraten geblieben. Sein Standort ist gefährdet. Letzter verbleibender Gegner. Malen. Einige. Neu Kraftgartenkult. Ich hatte vorher eine R9 390X. Jetzt habe ich eine RX 580. Beide 8 GB. Aber das andere war ein älteres Modell. Was einen höheren Stromverbrauch dazu hatte. Und eine 390X. Das sieht die sehr selten hier in Deutschland. Irgendwo zu kaufen. Und dann habe ich mir gedacht. Ja, mal gucken. Wir machen eine neue Grafikkarte. Eine RX 580. Hat eine höhere Leistung. Dann schiebe ich eigentlich. So, ihr wollt die beste Spawnpeak-Lokation? Everybody kommt zu mir. Komm zu mir. Wenn du die beste Spawnpeak-Lokation hast. Spanisch, folgst du mir. Mehr Spanisch. Die Drohne der Gegner hat den Bio-gefahrungsbehälter gefunden. Siehst du das? Jetzt siehst du, wie viele Kills ich bekomme. Das ist mir. Nein, das ist mir. Stopp. Das ist mir. Mach dich nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Die Gegner haben den Bio-gefahrungsbehälter. Das ist mir. Nein, nein, nein. Nein, nein. aka der Stv at first! Das ist mir locker. Doch! Erst Independ Preizio! Das ist dir scheinbar. Weinen wird unter Theyissionsherr mit den missiles. Der seid ihr hab vergeten. Sein böses Auge passt auf euch auf! Alle. Ich habe nur noch einen Gegner übrig. Ich bin wieder zurück, ein paar Videos werden ab jetzt kommen. Ich habe keinen Bock auf die... Neben den Termites, das wäre gut. Warum ist Quidlock so ugly? Das ist gut, gut, gut. Durch diesen Pass habe ich diese Feuerthaln bekommen. Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Nicht diese, die ich im Spiel ist, sondern die Echtgeldkraft. Die habe ich bekommen. Und ja, es kommen ja ab und zu diese Alpha Packs, Special Machines, wo ihr dafür Echtgeld aufgeben müsst normalerweise. Da schon mal schweigen Punkte. Ich habe ja alle Kräuter. Sehr schön, der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert. Das sehe ich zum ersten Mal, wie dieses Ding nicht angreift. Krass. Schon krass, wie es aussieht dann. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Das Ding ist schon ein krasses Fisch, das kann man sagen. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Wir lade ein neues Magazin! Ja, fuck jetzt mal. Ehrlich? Weg nach! Guck! Ja, ich war unten! Guck! 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 Das ist einfach. Mein Lieben. Mein Lieben. Mein Lieben. Mein Lieben. Das war ein Monster. Aber Hauptsache das war leer. Ein volles Monster wäre ich schon nicht gut gewesen. Ich würde direkt auf die Tastatur und ich hätte mir eine neue Tastatur für einen Nuni. Wenn ich runterkomme, da ist ein E-Lot. Das ist einfach. 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 Ich bin GTA-Best jetzt. Ich bin GTA-Best jetzt. Das ist besser als hier. Ich bin GTA-Best. Hey. Und dann hast du meine MVP. Danke. Ich liebe dich. Ich werde nie mit dir spielen. Ich bin GTA-Best. Klasse. Klasse Klasse. 0 Killz. Beste Video. Aber dann muss ich auch. Irgendwie. Untertitelung des ZDF, 2020